Und ich glaube, dann bist du orange dabei, soweit ich weiß, oder? Das ist... Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir haben hier... What? Okay. Oh, das ist doch die Tosse, die dich vorhin weggeschlagen hat. Ich will nach Wendel, aber ich komme nicht in diese Höhle rein. Tja. Was? Du hast eine Fee, die uns da reinlassen kann? Echt? Ich habe das Licht auch gesehen, aber ich bin... Ich bin ihm nicht gefolgt. Sowas interessiert mich nicht. Sag ihr, sie soll die Höhle aufmachen und dann gehen wir zusammen nach Wendel. Alleine ist es furchtbar. Ich würde sagen, fruchtbar? Ich bin Angela, die Prinzessin von Atlanta, aber ich komme nie zum... Ich komme... Was? Ich konnte nie zaubern. Ja, Leute, das ist der zweite Charakter, glaube ich. Yes. Deswegen sehen wir jetzt auch die ganze Story. Sie hat die Zunge rausgestreckt. Ich liebe dieses Spiel. So geil, ich liebe es einfach nur. Meine Mutter war so grausam. Sie wollte mein Leben gegen einen Mana-Stein tauschen. Boah. Und sie, ja, füttelt den Kopf. Naja. Ich weiß nicht, was dann geschah. Ich war plötzlich außerhalb des Schlosses. Aha. Ich wusste nicht, wohin... So ging ich in die Felder des ewigen Eises. Aha. Okay. Ja, okay. Ich wollte sagen. Ja, Leute. Die Wahrsagerin in Irland sagte, ich soll nach Wendel gehen. Und nun bin ich hier. Naja, noch sind wir nicht in Wendel. Ah, nee, nicht wirklich. Wie war jetzt dein Name? Okay, Hawk. Lass uns gehen. War das nicht die eine Frau da, die wir da angesprochen haben? Ha, ich bin höher als du. Nee, ich bin stärker. Angela schließt sich an. So, warte mal. Start. Yeah. Ja, wir sind jetzt... Ja, ich bin es. Ich bin es. Wie war jetzt Rennen? Sprinten war... Ah, wir sind okay. What? Magisch versiegelt. Magisch versiegelt. Aber mich hat die... Ich werde die Barriere eliminieren. Ja, mach mal. Terminieren wäre lustiger gewesen. Wie ist das denn? Naja, ist das gleiche Wort im Grunde genommen. Die Barriere ist weg. Na, dann können wir ja einfach reingehen, ne? Yay. Oh, gehen wir so schnell. Also hier sind Pilzköpfe, Mann. Oh, Mann, du machst immer mehr Schaden als ich. Auch wenn ich zwei Level höher bin, als du. Sieg. Oh, eine Truhe. Nimmst du die Truhe? Muaha. Was? Das war... Oh, sorry. Das war jetzt eine volle Kanne, falsche Taste. Oder bist du jetzt im Menü drinne? Ich komme nicht mehr raus. Wie kommt man hier raus? Mit... Ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Mit B normalerweise. Chill mal. Ganz ruhig. Ah. Dann drücken wir jetzt. Ah. Schlagen, genau. Bomben erhalten. Siehste, ich habe mehr Glück als du. Ich habe keine Fallen. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Taste gedrückt. Oh mein Gott. Nein, was? Ich wollte gerade sagen. Das ist aufgehauen. Ah, das ist das Menü. So, wir können mal so über die Menü switchen. Bringt noch sehr viel. Gerade. So. Dann gehen wir hier lang. Juhu. Speichern. Ich will speichern. Ich will speichern. Okay. Ja. Jetzt wird das Spiel interessant. Auf jeden Fall. Jetzt geht es richtig. Angela. Jeha. Spiel gespeichert. Yay. Go weiter. Jetzt läufst du da hinten rein. Okay, komm her. Blöder Pilzkopf. Oh nein. Nein. Okay. Und du hast noch Special. Die werden wir auch brauchen. Hier. Setz sie ein. Du schlägst doch schneller zu. Du schlägst doch schneller zu als ich, ne? Ich glaube schon, ne? Ah, jetzt. Entschuldigung, ich muss dann später aufs Kühlen mal die Steuerung umstellen. Also, komm ich überhaupt nicht klar. Hier ist noch irgendwo was. Achso, ne. Gehen wir links oder rechts? Scheiße, ich bin runtergelaufen. Egal. Ja, jetzt hauen wir die noch platt. Flora Maus. Nein. Wie heißen die komischen Leute? Ey, wieso? Funktioniert mein Taster denn nicht, ey? Na ja, Erfahrung. Die Pilz haben... Ah, Level 3 Fledermaus. Äh? Ah, okay. Ist das nicht einmal zugeschlagen? Egal. Ja, und ich habe immer wieder die Falle, ey. Komm schon. Ey, das ist doch relativ einfach, weil du hast dann ne... What? Ja. Machen wir die jetzt kaputt? Ah, wenn wir es schaffen? Klar. Aber die wird übel, Leute. Glauben wir es mal. Ey, die ersten. Ja, okay. Später, wenn man... Stecken. Yay. Okay. Zwei Erfahrungen, ne. Das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Nicht wirklich, ne. Ah, okay. Wer ist das? Wer ist das denn? Schnell, schnell. Ich dachte, ich müsste hier sterben. Danke, ich bin Charlie. Das süße Mädchen aus Wendel. Ja, was? Ein kleines Mädchen? Allein in einer Höhle voller Monster? Aber, aber. Du bist ein bisschen trauriger, ja? Guck mal die Augen von der. Oh, okay. Aber, aber. Aber, aber. Mann, du. Hieß, netter Priester kümmerte sich um Charlie, weil keine Mama, kein Papa hat. Opi sagt, Heath soll nach Astoria gehen und Charlie hatte Angst um ihn. Sprich, die wirklich in dritter Person von sich selbst? Keine Ahnung. Scheint so, oder? Heath nichts passiert. Heath nichts passieren darf. Also heißt, mit ihm flüchten. Scheiße, was ist das für Deutsch? Schlimmer wie Kevin, ey. Ohne Scheiß. Als ich Heath getroffen habe, hat ein böser Mann ihn einfach gekipnappt. Jung. Oh ja. Der ist cool. Der Nahrung. Jetzt kommt's. Das ist die tollste Stelle, finde ich. Verlustig. Ich wollte nach Hause, aber ich konnte nicht durch die Höhle. Zum Glück kamst du dann. Ich bin falsch abgebogen. Jo. Ja. Aber schön, dass sie sich so halb festhalten kann. Dann kamst du. Also Angela war natürlich nicht dabei, ne? Natürlich nicht, ne? Wenn du später gekommen wärst, arme Charlie. Oh gut, ich wollte sowieso zum Priester des Lichts. Komm einfach mit. Äh, kommt einfach mit. Was? Du gehst zu Opa? Mein Opa ist der Priester des Lichtes. Vielleicht bringt Charlie dir etwas Glück? Stehen wir hier nicht so rum. Lass uns gehen. Bin die gerade gelacht, hast du das gesehen? Also das ging jetzt schnell. Ich hatte das länger in Erinnerung. Wieso meinst du? Achso, ja, eigentlich. Ja, wenn du jetzt einen anderen Charakter genommen hättest, dann wär's auch länger gewesen. Achso. Also, ich hab... Wenn... Ich sag mal, ich will jetzt nicht spoilern, aber die ersten beiden Charakter... Wenn du beispielsweise jetzt hier Angela und Charlie nimmst, dann sind die immer die ersten Charaktere, die du kriegst. Also praktisch die frühesten Charaktere, weißt du? Oh, okay, ich bin im Lenn aufgestiegen. Die... Ich kann kein... Ich mach Agilität, ist auch gut. Agilität, Stärke oder Int? Nee, Stärke kann ich... Nee, Int, mach erstmal Vitalität, damit du ein bisschen Life bekommst. Bums. Okay. Oh, okay. Sieg. Meine Truhe, meine Truhe, meine Truhe. Hau rein. Los, mach auf. Bonbon erhalten. Hey, ich glaub es ja wohl. Wieso sind bei dir nie Fallen drin, ey? Weil ich schon wieder die falsche Taste drücke und damit gestraft werde. Gut, wo müssen wir jetzt lang? Ich schätze mal hier oben, ne? Okay. Oh ja. Aber ich... Ich führe Charlie. Ich bin doch mit ihr. Bin ich jetzt Charlie? Ja, ich bin jetzt Charlie. Juhu. Ich mag die Truhe. Ist voll süd. Mit der Person, mit der ich am weitesten bisher gespielt habe. Truhe, Truhe, Truhe. Charlie hat natürlich... Oh geil, wie sie die Truhen aufmacht. Okay, wir gehen hier raus. Oh, yay. Gehen wir hier raus. Das war's schon. Was ist das? Ich will. Bounce. Warum gehst du nur du hoch? Freische Heid. Musst du A drücken drauf hin? Okay. Aber... Ja. Es ist nichts Wichtiges. Es ist nicht Wichtiges. Ist wirklich, ne? Ne. Gut. Dann lassen wir demnächst die Schallesfische aus. Da, diese komischen... Boah. Voll auf Angela geknallt. Oh mein Gott. Ja. So, rennen wir weiter. Genau. Und, wo sind wir angekommen? Heilige Stadt Wendel. Yeah. Äh, lass mal ausrüsten gehen. Das wird jetzt immer wichtiger im Laufe des Spiels, weil man bekommt so keine Ausrüstung ran. Willkommen. Einfach alles kaufen, was geht. Ja gut, ich hab nicht genug Geld. Ich, äh... Pff. Ah, okay. Hä? Unten steht unsere Geldanzeige. Wir hatten über 250 und alles kostet so bis zu 50. Und jetzt ausrüsten. Ausrüsten? Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Ausrüsten machst du, weil du kommst besser mit dem Menü klar. Ja, schwarzer Anzug, das hört ich mal echt toll. Ja, gegen einen Baumwollkilt ist das wohl eine echte... What the f... Ups. Nicht wirklich viel gebracht, oder? Nein. Und das hat, glaube ich, Leuchtpanzer. Oh nein. Oh nein. Ich war eigentlich der Meinung, in jedem Gasthaus kommt eigentlich... Egal, dann verkauft man die Sachen wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017